Mr. Hunter, was stehen Sie hier rum? Kommen Sie rein. Sie wollten mich sprechen? Allerdings. Wissen Sie, warum ich Sie in den aktiven Dienst zurückholen ließ? Ich nehme an, wegen meiner militärischen Erfahrung als Kampfpilot. Und dennoch habe ich eine Überraschung für Sie. Ich weiß, dass Sie einer der besten N-3-Piloten waren. Warum haben Sie aufgehört zu fliegen? Ich wollte nur etwas länger und vor allem ruhiger leben, Ma'am. Schon immer hat das All eine gewisse Anziehung auf mich ausgeübt. Ich wollte, seit ich klein war im Raumschiff, kommandieren. Ja, und nun mache ich das, seit ich 30 bin. Haben Sie schon mit Edward Barrington gesprochen, Ma'am? Ich ging davon aus, dass Barrington Sie kennen würde, aber dem ist nicht so. Seine Aktis lupen rein, er hat keine bekannten Feinde und in den zehn Jahren, die er nun schon auf meinem Schiff dient, ist er stets ruhig geblieben, wenn Sie verstehen, was ich meine.